JAPANOSCHLAMPEN Yeah! JAPANOSCHLAMPEN Erleben schlampige Abenteuer Total schlampig JAPANOSCHLAMPEN JAPANOSCHLAMPEN Schlampig gezeichnet, schlampig animiert Total stumpfe, animisch heiße JAPANOSCHLAMPEN JAPANOSCHLAMPEN 32 Ausberufung Ja, Kinder, schon in paar Jahren habt ihr euren Schulabschluss Was wollt ihr denn später mal werden? Ein Rockstar! Oh, cool! Ein Chirurg! Viel Glück! Archäologe Aha, sehr interessant Oh, ich hab mich versprochen, ich meinte Archologe Ja, und du, Marke? Ich will Feuerwehrmann werden Okay, es muss kein Feuerwehrmann werden Er hat nämlich schon einen dicken Schlauch in seiner Hose Und was möchtest du werden, Schau? Glücklich Glücklich ist kein Beruf, du Schussel Tja, einige von euch wissen noch nicht, was sie werden möchten Und darum machen wir heute einen Eignungstest Ihr müsst nur diese einfachen Fragen beantworten Die dann vom Berufsomat ausgewertet werden Los geht's! Oh, wie einfach! Die Zeit ist, oh So, jetzt wird gleich jeder erfahren, bei welchem Beruf seine Kompetenzen liegen Voila! Frau, bei mir steht, dass ich Quantenphysikerin, Pilotin oder Militärmaschinerieingenieurin werden könnte Und bei dir? Friseur Ich hab noch nie jemandem die Haare geschnitten Wieso soll ich das denn als Beruf machen? Kein Problem, ich helf dir und dann wirst du der beste Friseur von allen KIRPUSCHTER Das ist wirklich nett von dir, dass du mich an deinen Haaren üben lässt Bist du bescheuert? Wie jedes Haarpflegeprodukt musst auch du zuerst an Tieren getestet werden Hier, das Fell von meiner Katze Puschi muss schon lang mal gestutzt werden, fang an! Nicht schlecht, ich denke es ist Zeit für den nächsten Schritt Versuch an Menschen Oh, danke, dass du jetzt so viel Vertrauen in mich hast, dass ich doch an deinen Haaren üben kann Scheiße nein, ich mein doch keine lebendigen Menschen Danke, dass sie den Toten die letzte Ehre erweist und ihr Aussehen für die ewige Ruhe herrichtet Die Trauernden können sie dann noch einmal mit schöner Frisur sehen Okay, sehen wir mal, wer im Sarg liegt Es? Er ist gestorben, was? Wie ist das passiert? Hey Leute! Oh Gott, ich dachte, du bist tot! Nein, ich komm hier immer für den Gratis-Haarschnitt her! Was meint ihr, warum ich so lange ne Cap getragen hab? Darunter sieht's vielleicht schon aus Oh nein! Rana Zwerg, ciao! Jesus, Maria und Josef Stalin! Guten Morgen Kinder, ich hoffe, ihr habt euch gestern schön mit euren Berufen beschäftigt Wer zum Geier bist du denn? Ich bin Es! Du kannst doch nicht einfach ne andere Frisur haben Das ist das einzige Merkmal, was Animefiguren voneinander unterscheidet Setz sofort die Münze wieder auf! Oh, ciao, deine Testauswertung gestern war fehlerhaft, weil so viele Schweißflecken drauf waren Hier ist dein richtiges Ergebnis Ja, ich muss kein Friseur sein, meine wahre Berufung ist Fahrkartenkontrolleur-Assistent Yeah, das war's wieder von den Japano-Schlampen Ciao wusste nicht, was er später mal für einen Beruf machen soll Doch mit der Hilfe von Frau Lehrerin und seinen Freunden Es und Waka hat er es doch ausgefunden Tja, liebe Kinder, was wollt ihr später mal werden? Tja, Astronaut oder doch lieber Lokomotivführer? Führer? Tja, bis zum Geier Tja, remix Tja, tags Tja, tags Tja Tja, tags Tja, tags